Oh, wie nett. Also freundlich. Nur beim Kaufhaus sollte er vielleicht nicht in den Mülltonnen gucken. Hier sind wir. Hier sind wir schon lang gelaufen. Hier ist nichts gewachsen. Hier wuchs nichts. Wenigstens haben die Tools keine Haltbarkeit. Das wäre schrecklich. So, wir hätten natürlich den Weg oben lang gehen können. Da haben wir nämlich letztens auch ein paar Früchtchen gefunden. Ah ja, was soll's. Der eine Schleim hat einen Stern auf dem Kopf. Ich denke, der hätte was für dich. Was? War das so? Das war bestimmt ein Boss. Nee, aber wir hatten nur noch 50% Health, falls der jetzt irgendwie uns noch mehr Damage zugefügt hätte. So, Blümchen waren gegossen. Mal den Loot weg. Algen. Zäb, Schleim, Quarz, Kohle. Das lassen wir uns mal. Und dann craften wir uns mal unseren... Genau. Das lass ich mir auch. Es ist, ja, 10.40 Uhr. Wir müssen nur zusehen, dass wir vor 12... Nice. Vor 12 schlafen gehen. Ähm, den Furnace. Hierhin kann ich den nicht stellen, ne? Nee. Packen wir den doch... Hier sieht's noch... Also hier sieht's nicht wirklich schön aus, muss ich sagen. Pack den mal hier neben die Kiste. Kann ich? Kann ich? Hallo? Ah, okay. Muss ich da mitmachen. So. Wunderbar. So, und jetzt, äh, hier mit... Hallo? Kann ich? Hä? Schädig. Eine Kohle. Aha. Okay. Kohle, 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 Kohle. Fünf Erze. Okay. Fünf Erze pro Baron, schätze ich. Und eine Kohle. Aha. Alles klar. Okay, den wecken wir mal nicht. Ey, nee, schlaf. Hä? Hallo? Ah, ich wollte gerade sagen. Schlafen. Das war vorher und da hattest du noch volles Leben. Oh, da hab ich den wohl übersehen. Ah, das ist schlecht. Naja, ist auch egal. Uns werden noch genug von denen begegnen. Äh, wie wird morgen das Wetter? Clear and sunny tomorrow. Perfect weather for the Egg Festival. The event will take place in Pelican Town, starting between 9 und 2 p.m. 9 a.m. und 2 p.m. Don't be late. Ja, werd ich nicht. Wie sieht's heute mit meinem Glück aus? Annoyed. Luck will not be on your side. Hauptsache, morgen. Okay. Nice. Pass, nip. Außer. Oh, das bringt mir ganz viel Geld ein. Da ist Post gekommen. Wie sieht's mit euch aus? Immer noch nix. Gieß ich euch. Und dich gieß ich auch. So. I see you've been exploring the old mine. You've got the adventurous spirit. That much I can tell. If you can slay 10 slimes, you'll have earned your place in my adventurous guild. Be careful, Marlon. 10 slimeys. Initiation. Zero of 10 slimes. Slain. Alles klar. Und smelting. Use your furnace to smelt a copper bar. Dafür brauch ich nur noch einen Kopfer. Erstmal gehen wir unsere Erträge wegverkaufen, würde ich sagen. Und da ist ein besonderer. Was heißt das denn? Ah, das. Ah, okay. 35 Energy und 14 Health statt 25 und 10. Das heißt, das ist ein... Ah, okay. Nice. Okay. Wir werden allerdings auch noch ein paar Seeds brauchen, ne? Ah, es ist erst sieben. Okay. Hm. Äh, weißt du was? Vielleicht gehen wir mal kurz nach Norden. Gucken, ob im Park vielleicht ein paar Blümchen gewachsen sind. Blümchen beziehungsweise... Wir brauchen ja immer noch Horseradish. Nix. Hier nicht. Okay. Hier auch nicht. Schade. Hm. Was ist denn das für ein Park, wo nix wächst? War da nicht noch mehr Post? War da mehr Post? Weiß ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Heiky O'Neal übrigens. Genau. Doch, tatsache, du hast recht. Ich bin so unaufmerksam. Dear Slab, tomorrow we're holding the Egg Festival in the Town Square. You should arrive between 9 a.m. and 2 p.m. if you'd like to attend. You wouldn't want to miss the annual egg hunt. Mayor Lewis. Werde ich nicht. Auf keinen Fall. Ich muss nämlich gewinnen. Um den Ladies zu impressen. Achso, wir müssen auch zum... Stimmt. Wir müssen auch zum Museum. Zum neuen macht er auf. Wie war das? Vielleicht irgendwas am Wachsen hier. Letztens wuchsieren. Schon lange keine... Nicht Gänseblümchen. Wie heißen das? Was sind Dandelions nochmal? Ihr Löwenzahn. Genau. Jetzt. Ja, war der Sound. Da einmal. Ähm. Ich möchte euch verkaufen für 490. Das wären zwar die 2000, aber... Ich brauche halt auch hier Seeds, ne? Wäre halt schlecht, wenn ich... Fünf nur. Verdammt. Kaufe ich mir die Tasche oder pflanze ich mehr Pflanzen ein? Ich meine, ich bin Farmer. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ne, komm. Ich bin Farmer. Ich sollte noch 10 Stück davon kaufen erstmal. Die Kohle können wir auch anderweitig verdienen. Prioritäten setzen. So. Dann einmal ins Museum. Hey, Kitty. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal zur Mine. Versuchen da noch ein... Paar Kupfer zu finden. Sollte ja drin sein. Ähm. Ähm. Achso, ne. Muss ja zu ihm da mitgehen. Stein kann man, glaube ich, nicht verkaufen, aber du kannst es in die Kiste tun und dann holst der Louis ab. Nachts. Ähm, genau. Das einmal nach hier. Super. Und weiter. Bei ihm kann ich nichts verkaufen, ne? Oder? Ne. Zumindest kein Stein. Ich könnte Kohle verkaufen. 5 für 75, aber... Die brauche ich ja. Iron, Coal, Gold. Okay. Hm. Sonst... Der braucht 5 Iron Bars, um meine Spitzhacke zu verbessern, ne? So war das. Copper Pickaxe. Ja. 5 Copper Bars. Was ist denn mit den anderen? Waren hier nicht noch 2 andere? Ne. Waren nicht. Das heißt, wir brauchen 25 Copper Ore. Um die zu verbessern. Lass mal hier lang gehen. Man muss sich ja umgucken, ne? Schnell weg hier von den Konzern-Pennern. Auf keinen Fall. Da schütze ich euren... Konzern. Bestimmt genmanipuliertes Essen und so. Zeig nur Tools an, die du bei hast. Oh, das macht Sinn. Tatsache. Ich habe ja nur die Spitzhacke dabei gerade. Und die Watering Can. Unser Schwert kann er offensichtlich dann nicht verbessern, oder was? Ach, weil es ein Rusty Sword ist. Dafür müsste ich wahrscheinlich erstmal ein normales... Na, wohl. Ne. Ne, ne, ne. Sie sucht ja ihre Axt. Habe ich leider noch nicht gefunden. Hier irgendwas? Ne. Warte mal. Ach, ne. Das ist nur eine Kiste. Ich dachte, vielleicht hat er da irgendwie einen Eingang hinter seinem Zelt. Der Linus. Hey, Linus. Warum soll ich denn ein Zelt kaputt machen? Sag mal. Ich bin nett. Bin nicht gemein. Hier wächst auch nichts. Na gut, schade. Wir bräuchten so eine Blümchenwiese, aber ich kann selber keine Blümchen pflanzen, ne? Soweit ich weiß. Hier haben wir was Interessantes. Nö. Sehr gut. Da ist Kupfer. Das ist natürlich direkt auf mich abgesehen. Ja. Ich habe dieses Kampfsystem schon in Link to the Past damals nicht so cool gefunden, um es zu geben. Das meine ich. Warum konnte ich ihn jetzt nicht treffen? Verdammt. Nein, endlich. So. Die haben ein bisschen mehr hilft als die Kleinen. Die ohne Antenne. Kein Kupfererz oder was? Mist. Sieben. Warum 25? Auf jeden Fall. Nein. Moment. Gegen zwei zu kämpfen ist ein bisschen doof. Moment. Kann da auch nicht vorbei. Ich habe dich schön voneinander getrennt. Sehr gut. Nice. Da ist Kupfer. Sehr schön. Einer. Wow. Noch ein. Ne, zwei. Das waren zwei. Zehn. Kann der ja was? Nö. Was ist das? Weißhallen. Cool. Naja, wir brauchen von allem ein bisschen wahrscheinlich. Hier ist sonst nix. Nur noch das Viech. Und das bestimmt... Ne, ist keiner. Okay. So. Gucken wir mal, wo der Durchgang ist. Ach wohl, Moment. Wir müssen ja für die eine Quest noch Schleime killen. Von daher. Dann killen wir die mal. Oh, der wird böse. Sehr gut. Nice. Moment, sind das meine? Ne? Fackeln, die ich hier stehen gelassen habe? Hm. Ne. Ich hatte meine doch mitgenommen, oder? Ich habe die nur letztens in die Kiste geworfen. Seltsam. Naja. Was haben wir hier? Hier haben wir Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Kupfer? Nö. No, Kupfer. Aber der Durchgang... Oh, da. Da oben ist Kupfer. Sehr gut. Und dann nehmen wir das mit. Zwei Stück. Das sind 15. Nur noch 10. Hm, hm, hm. Äh, was sagt denn die Quest? Wie viel brauchen wir noch? Zwei noch. Sehr gut. Dann gehen wir mal runter. Da war ein Durchgang, oder? Ich war nicht gerade ein Durchgang. Freiklich? Ich meine ja. Jawohl. Und Level 5. Da ist ein Schleimi. Sehr gut. Und da ist noch einer. Nice. Initiation. Enter the Adventurers Guild. Alles klar. Dann gehen wir da gleich mal vorbei. Die hat wahrscheinlich eh zu gerade. So, das heißt, wir haben alle Schleimis gekillt. War hier noch irgendwo ein Erz? Oder sowas? Nee, ne? Fehlt noch eine Loop-Funktion für Musik. Hatte ich auch gerade gesagt. Das sind doch ein bisschen leise gerade hier. Die Möglichkeit, die Musik zu loopen, wie es zum Beispiel auch in... Ne, die... Gibt es ja in WoW zum Beispiel auch. Die fehlt hier auf jeden Fall. Ich wollte runter. Oh. Jetzt kommt Musik. Nice. Sehr schön. Ich schätze mal, je... Da ist was. Je tiefer wir kommen, umso besser wird die Ausbeute, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, vielleicht sollten wir demnächst direkt... Ah, Mist. Auf Level 5 bleiben. Und die Gegner scheinen jetzt auch nicht wirklich stärker zu werden. Wie das aussieht. Nice. Ah, ne. Ne, hier stehen auch Fackeln. Das heißt, die kommen auf jeden Fall nicht von mir. Warum? Mache ich manchmal... Ähm... So viel Damage würde ich mal... Ich muss mal hier irgendwas von wegwerfen. Ähm... Ich habe nur zwei Bugmeats, von daher weg damit. Ich habe gesagt, weg damit. Ah. Oder so. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich... Earth Crystal. A resinous substance found near the surface. Yo. Oh, es ist schon neun. Sehe ich gerade. Wir brauchen aber noch ein bisschen Kupfer. Noch irgendwo? Ne. Da ist... Da oben. Ah, da. Da, 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 da. Wir haben schon 26. Sehe ich gerade. Okay. Aber komm, weil wir jetzt hier auf dem Level sind gerade. Sehe ich mal zu, dass wir noch vielleicht ein bisschen... Oh, oh. Ah, na. Ah, na. Mist. Ah, Hilfe. Ach nee, da kann ich ja nicht mitnehmen. Mist. Das ist das ist das besondere Quarz. Das könnten wir schenken morgen. Bei dem Fest können wir das jemandem schenken. Vielleicht sollte ich das auch mitnehmen. So, 29. Das, äh, so... Das behalten wir mal. Und jetzt... Hm. Hm. Mist. Jetzt weiß ich nicht, was ich wegwerfen kann. Oh, ich esse das einfach. So. Ich esse einfach weiße Algen. Yes. Ja. Jetzt... Dieses Fleisch. Das wollte ich. Genau. Wunderbar. So. Ab nach Hause. Vor... Bis nachts wird. Ist das irgendwas? Ja. Das ist was. Aber ich habe sonst nichts mehr zum Wegwerfen. Und das brauche ich auf jeden Fall. Nee. Nee, 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 nee. Nee, ich möchte... Moment. Ich glaube, es ist kürzer, wenn ich einmal einen runtergehe. Hier noch. Nein. Ich muss nach Hause. Verdammt. So. Leave the mine. Gibt es mehr Inventarplätze? Ja, aber dafür müssen wir uns erstmal nämlich... Das ist nämlich gerade das, was ich vorhabe. Dafür müssen wir uns, ähm... Wie heißt es? Äh, einen Rucksack kaufen. Und der kostet 2000 G. Und wir haben jetzt gerade keine 2000 G. Musste ein bisschen, äh, gerade noch für neue Seeds ausgeben. Jep. Wir werden müde. Gut, dass wir noch viel Energie haben. Okay, hier wächst zum Glück nichts. Schade gefunden, wenn ich das hier liegen lassen müsste. Wenn hier was gewachsen wäre. Dann ab nach Hause. Und morgen ist das große Fest. Das... Da kümmere ich mich morgen drum. Erstmal schlafen. Wenn wir unseren Hund heute gar nicht... Mist. Hallo? Darf ich... Hallo? Kann ich nicht schlafen? So. Level 1 Combat. Plus 5 HP. Sturdy Ring haben wir als Crafting Recipe bekommen. Und 5 HP... Puh, nice. Awesome. You'll have a little extra luck. Nice. Und wie wird morgen das Wetter? Mal gucken. Clean Sunny. Aus, ähm... So, 9 Uhr, ne? Das heißt, schnell hier... Einpflanzen. Uns um die Arbeit kümmern. Und um 9 Uhr zum Fest. Jetzt kommen wir zu spät zur Eiersuche. Ähm... Das lasse ich erstmal hier liegen. Amethyst und Earth Crystal lasse ich auch liegen. Genau so wie das. Das brauche ich. Weg mit den Steinen. Das nehmen wir mit. Obwohl, da können wir uns auch übermorgen drum kümmern. Äh, morgen drum kümmern. Nicht übermorgen. So, dann hätte ich gerne meine Ho. Die Seeds. Das habe ich. Alles klar. Ich werde ja nicht alle brauchen. So. Wächst das? Ne. Also, ist noch nicht fertig. Meine ich damit. So. Feldgießen. Akje. Willkommen. Zwei Stunden haben wir noch. Los, los. Keine Zeit. Bohnen können wir noch nicht auspflanzen. Und das auch nicht. Was soll man das is? So. Und jetzt. Fünf Kohle. Mann. Falt mir die falsche Taste. So. Komm, wenn ich es nochmal mache, dann. Ach ja, ich muss damit. So. Na, aber hallo. Hey, Hundi. Oh, wie lange dauert das denn? Okay. So viel zu. Einen Barren machen. Ah, nice. Kopp aber. Deeper in the Mine? Ne. Irgendwo ist auch eine Quest. Raising Animals. Initiation. Hä? Ist nicht irgendwo eine Quest? Ist ja einfach nur beendet. Und ich kriege keine. Kein Gold dafür, oder was? Komisch. Okay, jetzt ist 20 vor. Kümmern wir uns heute Abend drum. Wir werden heute sowieso nicht zum Blacksmith kommen. Wenn wir die ganze Eiersuche hier anstellen. Du scheinst doch nicht ganz darauf klar zu kommen. Warum nicht? Deswegen Setup, come back later. Ach so. Okay. Jetzt aber. The Egg Festival. Juhu. Guck mal. Plush Bunny und Strawberry Seats. Aber acht Tage dauert das. Komm. Können wir uns mal was gönnen. Strawberry Seats auf jeden Fall. Ach so. Dahin. Können wir Erdbeeren anpflanzen. Hallo. Wo ist Hayley? Wo ist Hayley? Wo ist Hayley? Wo ist Hayley? Da. Das Festival ist okay. Aber was ich wirklich freue mich, ist die Flower Dance. Natürlich. Quatscht Hayley mit dem Quarterback. Try to eat at least three eggs every day. Ha. Ich esse vier am Tag. Nimm das. Loser. We used to do a rotten egg toss. Mayor Lewis put an end to that pretty quick. My dose. Allergies. Ja. Kenn ich. Searching for eggs is like going on a treasure hunt. So sieht's aus. Hey, El Dottore. Eggs definitely have a place in the well-balanced diet. Harvey sieht ein bisschen aus wie der Commissioner Gordon. Finde ich. Fuck life. So sieht's aus. Hey, Taure. Schachspiel. Um Gottes Willen. Harvest Moon ist der einzige Ort, wo man sich immer freut, wenn's regnet. So sieht's aus. Oh, ein Hasenkostüm. Vielleicht krieg ich das, wenn ich die Egg Hand gewinne. Willkommen zu dem Egg Festival. Kompliment von meinem wunderbaren Brut. 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 Wie Brut quasi, ne? Auf Händen. Jawohl. Glaubst du, dass alle bereit sind für die Egg Hand? Hm, nicht yet. Achso, ich muss also zu ihm. Egg. What a strange thing to eat. Vincent loves this festival. It's a joy to see him so happy. I've been up since dawn coloring eggs. It's always my favorite part of the season. Taking breaks from work can make you more productive in the long run. So sieht's nämlich aus. Achso, ne. Hm, this fruit punch is unusually good. Ja, die Kinder freuen sich natürlich am meisten. When does the Egg Hand start? I'm so excited. And I just can hide it. I hope I can find eggs before I wince and take them all. The children have been looking forward to this festival for weeks. Die alle quatschen halt nur. Niemand hat irgendwas Besonderes zu erzählen offensichtlich. I always look forward to these gatherings. It makes the valley feel like a real community. Hey, Cos. Cooking for days to get everything ready. Fried eggs, boiled eggs, poached eggs, deviled eggs, scrambled eggs, chocolate eggs, you name it. Wow. There are a lot of eggs. Sonst gibt's nix. Our hands have been working overtime to prepare for this festival. They deserve the best tonight. Bowls full of sweet can. Was hat er? No one really talks to me. I just come for the deviled eggs. Och der Arme. Ein Schleines. Ist halt der Einsiedler. Moment, hat der Kollege hier... Ach, Marlon. Even with my bad leg, I never miss a town festival. Hast du gehört? Ich bin Adventurer. I'm Adventurer, just like you. Warte mal. Er ist ein Adventurer. Und hat ein bad leg. Das ändert mich dauernd was. Wachsen hier irgendwelche Blümchen, weil ich hab gar keine, ne? Mist. Ich würd gern der Hayley vielleicht ein Blümchen schenken. Aber ich darf ja nicht. Morgen, außerdem ist morgen ihr Geburtstag. Moment, sind das die Eier, die man finden muss? Okay, lass uns mal die Eiersuche beginnen. Vielleicht gefinde ich ja. Äh, dahin. Do you think everyone's ready for the Echhunt? Yes, let's start. Auf, auf, zu Eiersuche. So sieht's aus. Und hype, first private. It's time for the highlight of today's festivities. The annual spring egghunt. Floschbring. Calm down now, kiddos. You're going to need all your energy if you hope to find the most eggs and take home the exclusive prize. Betten, das ist der Anzug. Now, is everyone ready? Let the egghunt beginn. Oh, oh. Äh. Was? Äh. Da ist ein Ei. Ist das ein Ei? Ja. Ah, okay, ich verstehe. Alles klar. Verstanden. Ist das kein Ei? Okay. Da ist ein Ei. Oh. Da ist noch ein Eins. Hä? Oh, kann ich sagen. Weg da. Ah, ich muss A drücken. Okay. Drei Stück habe ich. Oh, da ist noch eins. Hallo. Ich da durch? Ich hab vier. Oh, oh. Zeit läuft ab. Vier, drei, zwei. Das war auch eins. Siehst du, wusste ich es doch. Fünf Eier hab ich gefunden. Uh, da war noch eins. Moin, Warrior of Sneak. So, wer hat die meisten? Wow, look at all these eggs. Now, if only I could get you kids to pick up litter this efficiently, eh, efficiently. Doch. We will have cleanest town in this side of Jemsey. Oh, oh. 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 Der hat doch nichts gefunden. Ich hab... Bin ja die ganze Zeit hinterher gelaufen. Der hat nichts gefunden. Niemals. That's it for this year's egg festival. Thanks for coming everyone. Hey, die wird enttäuscht sein. Das ist nicht ohne. Wir gehen, aber die nicht ohne. Vielen Dank.